So Freunde, weiter geht's mit einer neuen Folge Resident Evil 4 und den Separate Ways von Ada Wong. In der letzten Episode haben wir uns den Schlüssel für die Seilbahn ergattert, wollen die jetzt einschalten. Allerdings rechne ich hier mit Garnados, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig unterwegs. Und da sind sie auch schon. Na komm her mein Freaky. Kommst du? Jetzt nehmen wir unser Messerchen und schließen den weg. Da kommt jeden Parasit raus, das ist ja jetzt gang und gäbe. Oh doch nicht. Sehr gut. Kein Parasit am Start. Was willst du? Fiesta? Da rutscht er die Treppe runter. Hast du einen Parasit? Parasit im Zeit, Junge. Ne. Da lässt du mir was Gutes. Kohle. Ja, Kohle können wir gut gebrauchen. Wir müssen uns größere Koffer kaufen. Und natürlich eventuell auch die Armbrust. Denn die Armbrust verschießt so explosive Pfeile. Die sind so gut wie Granaten. Und wirklich sehr, sehr wirkungsvoll. Ich muss weg. Oi, oi, oi. Sehr, sehr wirkungsvoll gegen Endgegner. Vor allen Dingen hinterher gegen Lord Settler. Na, komm mal her. Ey. Tschüss. Mit den Viechern mache ich gar keinen Vertrag. Die klebt sich sofort so weg. Was mir ein bisschen fehlt, ist diese Schnellwechselfunktionen der Handfeuerwaffen. Aber okay. Der Händler hat ja noch was Gutes. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben gar nicht genug Geld. Verkaufen können wir nichts zum Kaufen. Die TMP halt, ne? Aber draufgeschissen. Komm zurück, irgendwann. Gondel, bring mich rüber. Jetzt kommen dann bestimmt wieder Typen hier. Nope. Keine Freakies. Fransch da rüber mit uns. Sieht erstmal relativ ruhig aus. Aber das bleibt nicht so. Das wissen wir. Pistolen-Munition. Wie viel waren das? Zehn? Ich glaube, ja. Aber mit Pistolen-Munition bin ich immer so ein bisschen spärlich ausgerüstet. Was müssen wir in dieser Folge oder in diesem Kapitel noch besorgen? Auf jeden Fall den letzten Stein für unseren Bierstein. Damit wir den höchstmöglichen Preis bekommen. Da ist der Händler. Da ist der Händler. Schon wieder. Mir was mitnehmen. Nein. Ich weiß auch, wo wir den bekommen. Zeige ich euch. So. Hier können wir mit Sicherheit ein paar Sachen mitnehmen. Munition. Das wäre echt toll. Ah, aber TMP-Munition. Die Waffe, die ich nicht habe. Warum kaufe ich die TMP nicht? Ich bin der Meinung, wir werden sie nicht unbedingt brauchen. Und in dem anderen zusätzlichen Abenteuer, was wir mit Ada natürlich auch noch spielen werden, ist Sigmund Ada. Da hat sie die TMP, soweit ich weiß. Und dann können wir da richtig rumasen. Okay, nur eine Schreibmaschine. Hey, komm schon. Und Porsche. Yes. Tja, spärlich. Dann gehen wir mal hoch zum Händler. Vielleicht hat der noch was. Ich glaube auch nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Da müssen wir rum. Da wartet der erste Endgegner auf uns. Wer die Hauptkampagne gesehen hat, weiß auch, welcher Gegner es ist. Okay, Händler. Nee. Er hat nichts. Absolut nichts für uns. Dann rüber. Das gute alte Gebiet hier. So, jetzt müssen wir uns mal ein wenig umschauen. Hier seht ihr oben die ganzen Vorsprünge. Da können wir mit dem Enterhaken hoch. Und dort bekommen wir auch den letzten Stein für unseren Bierstein. Nein. Ich weiß bloß nicht mehr, wo genau es war. Ah, vielleicht hier. Nein, aber da drüben können wir auch noch hoch. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken, sonst bin ich verwirrt. Von wo bin ich gekommen? Von hier bin ich gekommen. Also muss ich auch da hoch können hier. Komm schon. Ich weiß, dass es hier den Schatz gibt. Yes. Damit haben wir ihn vollständig. Optimal, Freunde. Gut. Hier lang. Richtig. Richtig. Jetzt looten wir natürlich noch. Das brauchen wir. Den Spinell. Hier um waren wir. Ja, ich glaube, ich habe eigentlich auch alles. Bisschen Munition. Waren hier nur zwei Hütten? Ernsthaft? Klar, die TMP-Munition hätten wir verkaufen können. Und ein rotes Kraut. Wie sieht es aus mit dem Kombinieren? Jupp. All right. Freunde, jetzt geht es los. Ich hoffe, wir machen es einigermaßen gut. Hier kriegt jetzt direkt einen für die Glatze geballert. Und hin. Komm, schneiden! Nicht zu, Ada! Und weg. Und nochmal das Ganze. Und wieder hin. Und schneiden. Komm, Ada! Wenn wir Glück haben, reicht das schon aus. Natürlich nicht. Es hat nicht gereicht. Jetzt reicht es aber. Komm! Komm, Ada! Schneiden! Bearbeite den Parasiten! Sehr gut. Sechs Schuss von dem Gewehr haben den eiskalt niedergemacht. Und es gibt 10.000 Peseten, glaube ich. Yes! Die können wir gut gebrauchen, Freunde. Das ist der einfachste Trick, wie ihr ihn wegmachen könnt. Zweimal von Latz geknallt, reicht völlig aus. Ein Stück zurück, nochmal das gleiche. Durchs Tor. Ja, und ihr habt es dann auch. Und, ja, der Freak ist weg. Viel einfacher wie mit Leon. Und ein grünes Kraut, glaube ich. Sehr gut. Das können wir direkt hier in unser Moped rein kombinieren. Das haben wir dann brillant gelöst, ey. Wahnsinn! Ich bin selbst begeistert. Übelst viel Heilung. Wir brauchen unbedingt einen größeren Koffer. Gut, gehen wir weiter. Ich habe etwas vergessen. Ihr seid alle, gehen wir weiter. Luis. Hey, Senorita. Ah, got a light and some smokes to go with it to make my day? Where's the sample? Okay, we skipped the foreplay. As a matter of fact, I was just going to get it. Where's the love, baby? Sounds like fun to me. Just hurry up. Okay, lady. Where do you stand on all of this? Exactly, what kind of group are you working for? There are some things in the world better off not knowing. This is one of them. Fine, I can take a hint. I don't care who you are. As long as you get rid of that old man and his religious friends. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. A bit of advice. Try using knives next time or it's better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You. Working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada! Luis has succeeded in recovering the sample. He's waiting in the castle. Get in contact with him, ASAP. Understood. And that U.S. government lapdog, Leon. If you do happen to encounter him, put him out of commission. We can't let him interfere with our plans. He has no idea what's going on. He's nothing we need to worry about. He's a survivor of Raccoon City. We can do without the extra distraction. Take him out. What do you want to do? Leon. Leon. Die Probe wiederfinden. Das machen wir. Wie das ausgeht, wissen wir ja. Aber was mir schon wieder auffällt, ist die Grafik der Zwischensequenz. Diese mit dem Kampf zwischen Leon und Ada, die war im Hauptspiel ja auch da. Und da war sie HD überarbeitet. Und hier kriegt Capcom es nicht geschissen, das Ding damit einzusetzen. Ey, Wahnsinn. Irre. Okay, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir legen jetzt los. Wir befinden uns im Irrgarten und müssen selbstverständlich hier rüber. Das ist dort, wo Ashley angekettet ist. Aber das werden wir im späteren Verlauf noch sehen. Alright. Jut, jut, jut. Was machen wir? Genau. Den Bierstein vervollständigen. Der Händler hat nämlich einen neuen Stuff. Hier können wir auch noch was einsammeln. Yes, Armbrustpfeile. Wir können die Armbrust jetzt kaufen. Allerdings, ich glaube, ich kann sie mir noch nicht leisten. Wenn wir uns einen Koffer wenden, wir uns definitiv jetzt zulegen. Ah, ein Koffer. Yes. Gut, TMP-Logo. 70.000 Bugs. Es gibt auch noch einen Koffer XL. Der kostet auch nochmal um die 70.000. Heißt, wir müssten ungefähr 140.000 sparen. Oh, ob wir das schaffen. Ich gebe mein Bestes, Freunde. Allerdings können wir jetzt das mal verkaufen. Die TMP-Munition behalte ich einfach nochmal. Denn ich bin mir wirklich noch nicht sicher, ob ich die jetzt kaufen soll oder nicht. Die Spinne, die ballern wir natürlich weg. Und den Bierstein. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? Das sieht aber gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Sehr gut. Einmal kurz eine Aufräumaktion starten. Wow. Ey, Heilung im Quadrat. Da bin ich Fan von. Das wisst ihr ja mittlerweile. Es gibt nichts Nervigeres wie Heilung hinterherzulaufen. Ein paar Granaten haben wir auch noch dabei. Und die TMP-Munition. Und wie ihr seht, natürlich widerspärlich Pistolenmunition. Aber egal. Wir rüsten aus unser Gewehr. Das werden wir brauchen. Dann versuchen wir hier mal durchzukommen. Jut, jut, jut. Hier gibt es auch einen Schatz im Irrgarten. Und zwar in der Mitte. Den holen wir uns natürlich. Komm mal nah ran hier. Wow, Glück gehabt. Oh Gottchen. Oh Gottchen, oh Gottchen. Ich muss mal kurz in Bewegung bleiben. Denn da vorne ist ein Armbrustschütze. Wie ihr seht, wird nicht unter Feuer genommen. Aber hier können wir keiner was anhaben. Hier treffen mich die Pfeile nicht. Och je. War ja klar. Ach so ein Vieh. Jut. Nachladen. Jetzt kümmere ich mich hier um die Pfeilewerfer. Die müssen hier oben irgendwo stehen. Oh je. Nee, genau. Ist klar. Gut. Jetzt kann ich ihn wegholen. Glück gehabt. Er wollte gerade den Abzug drücken. Allerdings war er doch noch ein Zweiter, oder? Ich drücke mir lieber ein bisschen Heilung rein. Er hat drauf geschissen. Ich warte noch. Ein Hieb kann ich noch ab. Hier der Freak, der wird natürlich auch einen Parasiten drin haben. Ist ja ein roter. Kommst du jetzt hoch gerannt hier, du kleiner Parasit? Ich höre ihn krabbeln. Ist da. Ich seh den. Den dreckigen Typen. Nein. Oh. Drecksvieh. Jetzt ist die Heilung aber nötig. Ich hasse diese Spinnenviecher einfach. Aber egal. Wir packen es. Wir holen uns hier alles. Das, was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Plus, minus, null. Ich mache erst mal alles weg. Da kommen nämlich gleich noch ein paar Freaks. Wenn wir zum Tor gehen. Da kann ich durch. Hier kann ich durch. Bleib mal weg, mein Freund. Und du mutierst auch, richtig? Jetzt sind die Sekunden vorbei. Die öftern das Tor. Das war vorher zu. Jetzt machen wir jetzt mal ein bisschen auf die elegante Art und Weise. Ich versuche mal mit einem Schuss zu treffen. Die reint sich nämlich schön auf. Moment, 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 mein Freund. Du kommst hier aber... Was ist jetzt hier los? Wie schnell soll ich denn da reagieren? Du kleiner, blöder Penner. So viel zum Thema. Wir haben genug Heilung, ne? Ich muss in die Mitte kommen. Da gibt es einen guten Schatz. Gut, gut, gut. Einmal hier rum. Hier geht es, glaube ich, hoch. Zur Mitte. Genau. Hier ist der Schatz, den ich mir mitnehmen will. Wir könnten uns jetzt schon verpissen. Ich weiß. Die Tür ist nämlich auf. Was gibt es da? Was gibt es da? Was gibt es da? La, 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 la. Ne, komm. Ich nehme... Jetzt brennt er. Wenn wir ganz viel Glück haben, bleibt er auch unten. Jawohl. Das Glück war auf unserer Seite. Normalerweise stehen die mich wieder auf, die Freaks. Fünf. Ja, sehr gut. Das hat sich gelohnt. Hier war auch noch irgendwas in der Ecke. Und dann gehen wir zum Ausgang. Ein Stück zurück. Jetzt kommt der angesprungen. Ne, ne? Jetzt komm her. Mach dich los. Du Freak. Immer noch nicht. Wie sieht es damit aus? Und damit aus? Ey, was? Wow, ey. Ich hoffe, da ist guter Scheiß drin. Habt ihr gesehen, wie viel Schrotgewehr-Munition der geschluckt hat? Irre, der doofe Penner. Das laden wir nach. Und hier war es drin. Nein. Oh, Mist. Quatsch. Andere Waffe. Wir können weg. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Da ist der Ausgang. Alles klar. Da vorne ist noch jemand. Wen sollten wir gemütlich mit unserem Gewehr wegholen können? Ach, du Scheiße. Adieu, Penner. Gut. Pistole. Gott sei Dank sind die keine Hunde. Weil das wäre mega mies. Gibt es ein bisschen Heulung gekriegt. Gut, hier waren wir. Gut, hier waren wir auch. Und raus aus dem Irrgarten. Was ich an Heilung gelassen hab hier. Irre. Ganz ernsthaft. Und schon wieder ist eigentlich die Folge um. Aber hier gibt es einen Schatz. Ich glaube, oben im Bett. Ja. Ein Flakon. Sehr gut. Natürlich. Looten wir hier alles weg. Das Logo. Aber so kennt ihr mich ja. Lootend. Zerstörend. Ist der Händler hier eigentlich? Ich glaube nicht. Nur eine Schreibmaschine. Hier ist nix. Gehen wir nochmal hier rein. Händler. Noob. Er lässt uns allein. Der Händler lässt uns allein. Ist aber nicht nett von ihm. Wir könnten ja nochmal zurück in den Irrgarten gehen. Aber noob. Wunderbar. Die nehmen wir auch mit. Und mit diesem Fund würde ich sagen, Freunde, für heute war es das. In der nächsten Folge werden wir selbstverständlich die Story hier weiter vorantreiben. Versuchen die Probe wieder zu erlangen. Ob uns das gelingen wird. Naja, wer die Hauptstory kennt, weiß, wie es ausgeht. Mir bleibt an dieser Stelle nur zwei Dinge zu sagen. Es wäre super cool, wenn ihr das Projekt mit einer Bewertung unterstützen würdet und beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zusehen. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.